Rogers, Steven. Geben Sie mir doch eine Chance. Tut mir leid, Junge. Ich rette dir das Leben. General Patton sagt, dass Kriege mit Waffen geschlagen, aber mit Männern gewonnen werden. Papier's einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Unser Ziel ist es, die mächtigste Armee der Geschichte aufzustellen. Ich sollte dabei sein. Ich weiß, dass du mir das nicht zutraust, aber... Das ist kein Spaziergang, Steve, sondern Krieg. Jede Armee beginnt mit einem Mann. Fünf Versuche in fünf verschiedenen Städten. Ich gebe Ihnen eine Chance. Sie werden der Erste einer neuen Generation von Supersoldaten. Warum ich? Weil der Schwache die Bedeutung der Stärke kennt. Die Bedeutung der Macht. Ist gar nicht so schlimm gewesen. Das war Penicillin. Wir werden diesen Krieg gewinnen, weil wir die besten Männer haben. Jetzt, Mr. Stark. Und sie werden heute den Feind persönlich durch die Pforte der Hölle führen. Wie fühlst du dich? Größer. Ihre Aufgabe ist keine leichte. Wer zum Teufel sind sie? Der Erste von vielen. Ihr Feind ist nicht das, was sie erwarten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Sie wurden dafür auserwählt. Was hältst du davon? Das funktioniert.